halli hallo leute ich habe mir einige leute immer gefragt oder einige abonnenten immer gefragt wo man mal zusammen spielen kann und da habe ich mir was durch den kopf gehen lassen und ja ich starte heute abend eine neue season eine neue staffel für euch für mich auf einem öffentlichen server auf der karte center ladet sie euch runter für heute abend schon vielleicht ich habe natürlich schon ein paar aufnahmen gestartet aber wir sind nicht weit ich habe nur ein paar zwei drei aufnahmen gemacht damit ich immer was voraus bin sagen wir mal und ja wir wollen dass ich das mit euch zusammen spielen heute abend gibt es die daten unter dem video ich bin der hoffen dass ihr mit dabei seid dann können wir echt zusammen erleben ich will gerne mal mit euch auch mal spielen vielleicht werde ich dann auch mal vielleicht ein team speak server organisieren und dann können wir vielleicht auch mal im team speak zusammen irgendwas zusammen spielen ok leute ich will hoffen ihr seid heute abend mit dabei und bis dahin